Wir befinden uns gerade in Duisburg-Hamborn, an dem größten Stahlstandort Europas. Wir hatten heute unseren Warnstreik und das war echt eine mächtige, super Veranstaltung. Das ist die größte Warnstreik-Veranstaltung in dieser Tarifrunde. Wer sagt, da ist gleich in Duisburg! Ein Warnstreik ist immer ein Gradmesser dafür, wie stark stehen die Kolleginnen und Kollegen hinter der Forderung. In der Vergangenheit haben wir hier zwei Warnstreiks gemacht, einen in Duisburg-Süd, einen im Norden und das war es dann. Und hier in der Tarifrunde wissen wir, der Arbeitgeber wird sehr viel Widerstand geben und deswegen fahren wir auch ganz anders in der Strategie auch fort, um auch viel mehr Aktionen zu machen. Wenn das kein Beweis ist, dass ihr hinter unseren Forderungen steht, dann weiß ich es nicht. Es geht jetzt um Mühe. Es gab ja überall in verschiedenen Stahlstandorten Warnstreiks. Und ich kann nur eins sagen, das, was ich an Rückmeldungen bekomme und das, was ich gesehen habe, eine super Beteiligung, super Stimmung. Heute war der größte Veranstaltungsort, hier arbeiten auch die meisten Menschen. Gib mir ein U! U! Gib mir ein B! B! Gib mir ein S! S! Ich glaube, wir haben mit der Forderung, insbesondere das Thema, mit der zusätzlichen Urlaubsgeld und so weiter, genau den Nerv getroffen. Menschen wollen mehr selbstbestimmte Arbeitszeiten oder das Urlaubsgeld. Wir sind durch die Betriebe gegangen, haben die Leute, ich sag mal, informiert, dass es hier einen Warnstreik geben wird. Wir wussten schon Bescheid und haben gesagt, wir kommen, das ist uns wichtig. Wir brauchen mehr? Geld! Und mehr Freie? Freie! Die Arbeitswelt hat sich gravierend verändert, auch im Stahlbereich. Und so wie sich die Zeiten verändern, wollen die Menschen auch daran teilhaben. Und Zeitsouveränität, selber über Zeit auch bestimmen zu können, ist ein hohes Gut bei den Menschen. Und die Menschen, die hier sich bewerben, gucken auch sehr genau, was bietet der Arbeitgeber denn an. Und da müssen auch die Stahlarbeitgeber eben nicht von gestern sein, sondern müssen auch den modernen Zeiten Rechnung tragen. Ich bin stellvertretend hier für die Auszubildenden von der TKSE. Unsere Kolleginnen und Kolleginnen aus den Betrieben, die verlangen 6 Prozent. Wir verlangen überproportional über 6 Prozent, weil wir mit unseren Ausbildungsvergütungen 200 Euro drunter sind, wie zum Beispiel in der Metall-Elektro-Industrie. Und das sehen wir nicht ein, wenn schon das Unternehmen so dasteht in der Wirtschaft, gut dasteht in der Zeit. Wir können nicht nur guten Stahl kochen, sondern wir lieben Stahl. Und die Menschen können sich sehr stark mit dem Unternehmen identifizieren. Wir haben in schwierigen Jahren, schwierigen Zeiten alles dafür getan, dass dieses Unternehmen hier weitergeht. Teilweise haben wir auch verzichten müssen. Heute hat sich die Situation völlig verändert. Und es ist jetzt an der Zeit, dass dieses Unternehmen endlich dieser Belegschaft auch mal was zurückgibt. Und das sind die Forderungen, die wir jetzt aufgestellt haben. Wir stehen da voll und ganz hinter den Forderungen unseres Betriebsrats bzw. der IG Metall. Wir sind kampfbereit, definitiv. Was uns natürlich auch mit Stolz erfüllt, wie sich die Jugend auch mit dahinter stellt. Und das ist genau die Botschaft, die richtig ankommt, dass es keine Gruppen gibt, sondern wir alle sind abhängig Beschäftigte und kämpfen für unsere Interessen zusammen. Weil das sind ja nicht nur wir alleine, sondern unsere ganzen Unternehmen, die hier drumherum auch sind, die HKM und wie sie alle heißen. Wir stehen alle zusammen hier. Wir halten zusammen und wir setzen das dann zusammen auch durch. Jeder von uns, jeder Einzelne ist ein Teil der IG Metall. Und dadurch werden wir stark. Und die IG Metall ist unsere Organisation, die das Ganze organisiert und uns die Kraft auch gibt.